Hallo Freunde, FreeClear von Magiblocks.de. Wir sind beim Mord in Karloff Manor Pre-Release Event von Shibi. Und ich habe hier, es ist schon offen, weil das war das, was ihr vielleicht bei unserem Sponsor gesehen habt, aufgemacht wurde. Das ist mein Backup-Sealed-Paket, falls mein richtiges nicht ankommt. Die Booster sind noch zu, die öffnen wir jetzt und wir bauen daraus mal einen Sealed-Pool. Und schauen, ob wir mit dem ins Rennen gehen müssen oder dürfen, wie auch immer. Zumindest mal einen coolen Würfel, coole Würfelfarbe. Auch wenn es mir wahrscheinlich so geht wie allen anderen, ich habe da echt genug davon. Okay, hier ist so ein Artwork-Ding drin. Dann Würfel kommt mal weg. Unsere Pre-Release-Bromokarte, das sind ja welche dabei, die man nicht spielen darf. Okay, den darf man spielen. Kamera. Kamera, please. Ein Äschern des Schuldigen. Wartet mal geschwind. Ich versuche euch mal, das so ein bisschen mehr in den Fokus zu bringen. Ja, das ist, wenn man, wenn man jetzt in mehreren Orten aufnimmt, dann geht das manchmal verloren. Okay, da ist da ein Äscherer. Insane-Bombe. Ich glaube, den darf man nicht spielen. Schaue ich aber nochmal nach. Und Fall gelöst. Verdächtigt. Das sind diese neuen Counter, die man drauf macht, sozusagen. Auf die Sagen und, ja, auf die neuen Mechaniken. Das seht ihr, da ist auch was drin. Okay, dann schauen wir mal. Rachsüchtige Ranke. Ich finde diese neuen Morph, ehrlich gesagt, super interessant. Ich bin gespannt, ob die sich spielen lassen. Die finde ich super. Death Touch, die dann Unzerstörbarkeit gibt, wenn sie aufgedeckt wird. Verglößerungsglas ist so, lala. Den finde ich super. Da bin ich gespannt, ob der vielleicht sogar irgendwo in Constructed Place sieht. Okay. One Drop mit unendlich Text. Geht's nur mir so, oder wenn, ich meine, es ist ein One Drop und da, schaut mal. Was da alles steht. Muss das sein? Ich meine, der macht bestimmt tolle Sachen. Nicht zu enttappen. Ein Land deiner Wahl wird zum 5.5. Okay, dann können wir irgendwann upgraden. Und am Anfang blockt er. Das ist eine gute Karte, auf jeden Fall. Draufgängerischer Detektiv. Okay. Spionin. Flying. 1.1. Kann auch gemorpt werden. Und dann können wir Nachforschung anstellen. Dann haben wir so eine Saga. Das sind jetzt diese Fälle, die wir lösen können. Die zerstört eine Kreatur deiner Wahl, der Schaden zugefügt würde. Wenn gebohrt wird und dann kommt eine Gorio mit Lifeling Death Touch. Das ist zumindest ein cooles Payoff. Oh, und wir haben, geil, die dringende Necropsie. Das ist halt, also, coole Karte, oder? Da bin ich auch gespannt, ob die sonst wo gespielt wird. Beweissicherung X ist ja gleich das, was wir wieder aus dem Friedhof raus-thratchen oder exilen. Und dann können wir so viel zerstören. Finde ich eine coole Karte, auf jeden Fall. Bürgerwehr. Jo. Und so ein Full Art Land. Da, ja, die sehen ganz schick aus. Die kann ich zumindest als Länder erkennen, was ja auch nicht immer normal ist mit den neuen Sets. Okay, Gewehrsfrau, ein Bürger, 1-1er, der einen 2-2er mitbringt. Okay, cool. Der hat zusätzliche Kicker-Kosten quasi, wo wir Beweissicherung 6 machen können. Ja, gute Karte, spielbare Karte. Die, glaube ich, nicht. Drei oder mehr Schadenspunkten zugefügt werden. Stelle Nachforschung an. Okay, ja, ziemlich spezifisch. Den Zeugen finde ich ganz cool. Flying Vigilance 3-2. Und kann was enttappen. Ganz cool. Combat-Trick. Detektivtasche. Der macht Topter. Alles, was Topter macht, finde ich ganz cool. Das ist wieder eins in diesem neuen Artwork. Bringt eine Kreaturenkarte zurück. Der ist, glaube ich, auch ganz, ganz, relativ stark, muss man gestehen. Blütsverwandter. Okay. Ist das ein Ultra-Wortspiel. Für jeden Wald, also im Mono, deutlich besser. Tappe und quasi ein Tapper, der dann nicht enttappt. Und dann haben wir schon mal eine Rare-Legendäre Verzauberung. Kartenhandzahl zu Beginn deines Kampfes, falls du nicht mehr als eine Karte gezogen hast. Okay. Minus 1. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Draft-Karte, aber vielleicht sonst wo. Ausschließend das Unmöglichen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Karte. Also, die waren bis jetzt immer, die sehen immer schlechter aus, als sie sich dann spielen. Und das hat echt viel Upside. Oh, ein Teil des Tracker. Cool. Das ist quasi so ein Gast hier. Einer, der auch Sinn macht, den Tracker hier zu haben, weil der ja auch Nachforschung anstellt, also Investigated. Und den gibt es dann, seht ihr, in deutschen Boostern kommen die dann trotzdem nur Englisch raus. Dann haben wir hier so eine normale Island und noch eine Art-Karte. Das sind jetzt, wir machen auch hier Playbooster auf nebenbei. Das steht hier unten. Es gibt ja keine Set- und Draft-Booster mehr. Es gibt jetzt nur noch Playbooster. Irgendwann sind wir vielleicht Full Circle wieder da, wo wir früher waren und haben einfach Booster. Okay, den finde ich auch spielbar im Draft. Der ist auch okay. Sideboardkarte qual der Wahl. Ja, das gibt es ja immer wieder mit diesem 2-Männer 1-1, der in der Gegner exalt was. Da haben wir noch einen Gerätetechniker. Der macht auch Topter. Okay, schon den zweiten Topter-Payoff sozusagen, oder Copter-Bauer. Den finde ich, glaube ich, nicht spielbar hinter der Maske. Okay, der ist, glaube ich, auch okay-isch. Müssen wir mal schauen, wie sehr der spielt. Removal. Cooles Artwork. Covert-Keule. Okay. Und dann haben wir den Dampfkern gelehrten. Drei Mana, zwei, zwei Vigilance finde ich schon mal insane. Und wenn er ins Spiel kommt, zieht zwei Karten, dann wirft zwei Karten ab. Oder, außer wir wirfen was mit Flying ab oder mit Sportal und Hexerei. In dem Set braucht man so einen Friedhof. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Karte. Wir haben die zweite Rare im Booster. Das wird jetzt öfters vorkommen. Das heißt, wir spielen viel mehr mit Rares und gegen Rares. Das heißt, das ist ein Life-Gain. Wenn ich fünf dazugehalten habe und gelöst, opfere diesen Fall. Kreationkarten in deinem Frühhof erhalten. Du kannst dir aus dem Friedhof wirken. Und für ein Mana relativ stark, muss man sagen. Relativ wenig Kosten. Das ist der Functional Reprint von diesem, ich weiß nicht, wie er heißt. Ihr sagt es mir bestimmt in den Kommentaren. Eins, zwei und bringt einen Nachforschen, also einen Hinweis, einen Clue-Token mit. Ebene. Und, okay. Den braucht man nicht. Schlammwesen-Token. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt, was man jetzt von diesem Raffnika... Also gut, ist ja ein Raffnika-Set. Ein Removal hier. Ein Raffnika-Set. Ich habe ja jetzt gerade ziemlich viel Raffnika-Remastered getraftet. Und ja, das fühle ich irgendwie mehr wie das. Muss ich gestehen. Aber das ist wahrscheinlich auch für so alte wie mich sinnvoller. Grokodelf. Tja, Elf-Krokodile-Detektiv. Weiß nicht. Stellt Nachforschung an. 5-5. Kann entmorpht werden. So was ähnliches gab es in Kahn's auch. Da war das gut. Schauen wir mal, ob es in diesem Set zu langsam ist oder ob es spielbar ist. Gibt es auch immer wieder so ähnlich, die Karte. Da haben wir wieder einen, der Topter macht. Da gehe ich jetzt nachforschen. Das ist quasi so ein Curiosity. Ein bisschen schwächer. Da haben wir nochmal. Ist es top der Karte. Und wir haben scharfäugige Anfängerin. 2-2. Vigilance. Immer wenn ein Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Und falls ihre Stärke größer ist, als die Stärke der scharfäugigen Anfängerin. Oder ihre Widerstandskraft größer ist, als die Widerstandskraft der scharfäugigen Anfängerin. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke und stelle Nachforschung an. Das ist früher bis zum letzten Satz ist einfach Evolve ausgeschrieben. Evolve. Und dann Evolve. Wenn wir Evolven, machen wir auch noch Investigate. Man könnte es mit zwei Keywords zusammenfassen. So steht hier halt ziemlich viel. Das ist aber in Ordnung. Evolve schon ein Weilchen her. Dass man es ausschreibt, finde ich. Und dann haben wir noch eine Mythic. Ertrata. Tödliche Flüchtige. Ja, die ist doch auch ganz cool, oder? Die habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Das heißt, wenn wir irgendwas verdecken, was wir nicht casten können und aufdecken, dann können wir was zerstören. Ich bin gespannt, wie die sich spielt. Muss ich gestehen. Museumswache. Und Reprint Ghost Quarter war früher auch mal Geld wert. Spielt man aber auch, glaube ich, fast nirgends mehr. Außer hin und wieder so ein One-Off in Lands and Legacy. Okay, Knurrender Bluthund. Der ist, glaube ich, ganz gut. Der macht für einen Mana 1-1 ziemlich viel. Okay. Fenstersturz Phantom. Okay, ist jetzt kein Highlight. Kaltstellen. Der kann nicht gecountert werden. Finde ich bei dem ganz gut. Feenschnüffler. Den finde ich auch echt stark. Wer hätte es gedacht, gell? Kann Karte ziehen und eine auf dem Friedhof legen. Und der blockt super gut. Fliegt. Das ist genau meine Karte. Schlussfolgerung. Ziehe eine Karte, stelle Nachforschung an. Mal schauen, ob die spielbar ist im Set. Kommt immer drauf an, wie schnell es ist. Diese nehmen wir hier. Wieder in der Absperrung. Okay. Im Garten vergraben. Auch gut, aber halt, wir sind super bunt. In allen Farben haben wir gute Karten. Nachforschung lösen. Kontrolliersträder mehr Artefakte. Und dann machen wir einen Vogelflyer. Auch ein Mana. Den habe ich. Es ist sehr gut, dass ich den aufgemacht habe. Weil den hätte ich gern für das Commander. Ich weiß nicht, wie spielbar der ist im Limited. Aber, ja. Schauen wir mal. Ich habe mich mit dem Set noch nicht so richtig beschäftigt. Merkt ihr ja vielleicht. 4-3 Flieger. Sphinx-Detektiv. Und der kann quasi das Vergrößerungsglas suchen. Und den Denkhut. Die sind beide jetzt eher nicht so spielbar. Von dem her weiß ich nicht, wie gut die ist. Und 6 Mana 4-3 Flyer ist irgendwie auch nicht mehr so der Knaller. Und dann kostet bei jedem Ziel aus dem ersten 2 mehr. Okay. Und wir können quasi Nachforschung anstellen. Und für jede Kreatur. Das heißt, super konvoluteter Cardjaw. Ja, können wir machen. Kriminologe. So, ein Artefakt-Payoff für das Top der Deck. Ganz cool. Und dann haben wir noch einen Wald. Einen Feulwald. Und eine mysteriöse Kreatur. Das ist quasi der neue Morph. Der hat Abwehr 2. Ward 2. Letzter Booster. Schauen wir mal, was wir noch Geiles aufmachen. Tunnelnder Tippgeber. Das Mana 11. Weiß ich nicht. 5, 6 Mana. 3, 4 ist halt ein bisschen viel. Aber es ist ein Morph. Und ja. Ja. Der macht viel. Muss sich zeigen. Es kommt immer drauf an, wie schnell das Set ist. Oder wie langsam das Set ist. Ich kann es nicht einschätzen. Der ist ja super gehypt. Als Combo-Karte. Da bin ich auch gespannt, ob der irgendwo sich durchsetzt. Fluchttunnel. Quasi Evolving Wilds, das Powercreeped würde. Kann man auf jeden Fall spielen zum Fixing. Das ist ein Bounce. Mit Scry oder Überwachen ist Consider, glaube ich. Dann den Jongleur. Der ist, glaube ich, auch ganz gut. Gut. Dann haben wir nochmal eine Split-Karte drin. Hier für Temur oder für Isset. Je nachdem. Coole Karte. Dolch. Das ist zumindest ganz schön. Es gab noch nie einen Dolch. Oh, und eins von den neuen Ländern. Sehr geil. Die unterirdische Leichenhalle. Die sieht auch noch schick aus. Und ich glaube, die Länder sind ganz cool. Die sind nämlich fetchbar. Sie kommen zwar getappt ins Spiel, aber machen Surveil 1. Also ich glaube, die könnten was werden. Und wir haben nochmal einen Kylox. Sechs Mana. Haste bedrohlich. Abwehr 2. Und noch einen Vollstrecker. Der hat Flying Lifelink 1-1. Und er wächst. Und dann haben wir noch einen Wald. Und einen Clue-Token. Okay. Ich melde mich gleich wieder mit einem Vorschlag, wie ich das Deck bauen würde. Und dann könnt ihr mir ja ganz sagen, ob ich es falsch gemacht habe oder welche Karten ich übersehen habe. So, Freunde. Da bin ich zurück. Ich habe ein Deck gebaut. Es ist, ja, wenig überraschend wahrscheinlich, wenn man meine Rares gesehen hat, ein Izzet Deck geworden. Und ich splash zwei schwarze Karten. Ich habe eben hier noch ein Mana-Fixing drin. Ich bediene mich so ein bisschen diesem Izzet-Archetypen. Ich spiele den Dampfkorngelehrten natürlich. Ich finde die Fairy super cool. Ich splash Drata, weil die, glaube ich, allein einfach insane ist. Vor allem, ich habe so ein First-Strike-Equipment im Deck. Techniker natürlich. Äh, Drohnen-Schmiedin. Person of Interest. Ich finde ihn super. Die Knackerin. Der Sekt noch. Ähm, nochmal Random Dude. Und natürlich die Ultra-Bombe am Schluss. Dann haben wir den Dolch. Einen Bounce. Wir spielen Brofts, äh, weil wir eben dann doch relativ viel Clues machen, hoffentlich. Äh, da machen wir auch einen Clue mit diesem Combat-Trick. Wir spielen die Detektiv-Tasche, die macht Clues. Wir spielen Kaltstellen, die macht Clues. Ähm, wir spielen noch ein Removal. Und ich splash eine schwarze Removal, damit ich einen Hard-Remover wenigstens habe. Und ich habe einmal das Evolving-Wiles-Upgrade. Äh, ich zeige euch auch kurz, warum mir so ein bisschen das Herz blutet. Ähm. Was wir nämlich nicht spielen. Falls ihr euch dran erinnert. Den finde ich ganz cool. Das ist so ein Build-Around, glaube ich, wo wir im Friedhof füllen. Aber den finde ich super. Und Tileless-Tracker ist natürlich insane. Und hat auch echt ein cooles Artwork hier. Und das, äh, Surveillance spielen wir nicht. Den Ergor kann man vielleicht reinborden. Wir haben das Verglößerungsglas dabei. Aber die Kappe haben wir nicht aufgemacht. Den Schnüffler, der ist okay. Wir haben hier noch ein gutes grünes Removal. Aber alles in allem ist das Rot einfach super stark. Das Blau ist super stark. Und tief auch. Und, äh, ja. Ja, das können wir, glaube ich, das müssen wir, glaube ich, spielen. Okay, das ist das Deck. Ich freue mich auf das Event. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Ciao, ciao.